so herzlich willkommen ich hab mal wieder weil ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und zwar ich habe manchmal träume die sind super 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 crazy da erlebe ich sachen wo wir denken what the fuck was will mein gehirn damit sagen manchmal ist es einfach nur wirklich what the fuck und manchmal ist es auch so eigentlich ganz geil und so war es diesmal wieder ich habe nicht wirklich gestern bis heute nacht als letzte nacht jetzt wo ich das aufnehme alles geträumt von mir dachte das wäre eigentlich ganz geil und zwar habe ich in meinem gedanken in doll spiel gespielt aber nicht auf einer normalen haben das rift karte sondern auf einer modifizierten variante auf der es nicht mehr so direkten river gibt und die irgendwie ein mix aus haben das rift und der drei gegen drei maps sind hier twisted tree line und dann noch was ganz anderes mit drin hat und zwar seht ihr gerade das hat eine stadt mit drin also sozusagen das was ihr hier seht so dieses graue also erstmal habt ihr hier diese beiden basen dieses sternförmigen etwas blau und lila mit den türmen jeweils auf der lanes mal angedeutet das soll jetzt keineswegs eine ausgefeilte ausgefeilt auf irgendwie map design sein ich bin kein map designer um gottes willen aber ich fand es eigentlich ganz awesome und habe mir gedacht eigentlich ist echt geil mal so eine karte zu haben vielleicht gibt es ja irgendwann mal in jeden fall seht ihr hier halt die beiden basen mit den lanes das ist relativ klassisch aber halt diese graue grau unterlegte bereich mit diesen diesen vier ecken drin das sollen häuser sein einfach mal wild da reingesetzt mehr oder weniger und zwar habe ich mir sogar habe ich so im traum das so gespielt dass es wirklich häuser sind die halt auch sicht nehmen und wo man drum laufen kann und sowas wie aber gleichzeitig sozusagen der spielplatz sind für barren nasher der ist halt dann nicht mehr an einer stelle sondern wenn der sporen dann kommt er halt episch irgendwo da raus und fängt an die häuser zu zerstören und dort npcs zu fressen also das ist dann halt das ist auch so was was ich so geträumt habe da sind npcs mit denen ich irgendwie handeln kann die ganz schnell sachen verkaufen dadurch bekommt dieses dorf einen zentralen wichtigen spielpunkt und natürlich verkaufen die npcs weil sie ja neutral an beide sachen deswegen sind ja auch grau unterlegt an beide sachen beide seiten und wenn man sich dann so begegnet gerade die jungler oder sowas kommt halt vor ja und wie gesagt wenn barren nasher dann spawnt dann frisst er halt die npcs dadurch kann man mit denen nicht mehr handeln sprich das ist auch ein bisschen zeitkritisch wann ich irgendwas kaufe die respawn dann natürlich wenn der barren nasher tot ist aber wenn der halt dann wieder spawnt dann frisst er sie wieder und sowas so wie so ein kreislauf und dadurch denke ich werde ziemlich viel action am start das war halt keine ahnung ist das war bloß eine kurze traumsequenz die mich erinnern kann von vielleicht fünf sekunden zehn sekunden aber wo halt schon da übelst viel abging ja soviel vielleicht zu diesem diesem grau unterlegten städtchen dürfchen es wäre halt ein ganz anderes setting es wäre halt nicht mehr dieses summoner's rift wir haben jetzt irgendwelche champions die gegeneinander oder hier beschwöre die gegeneinander antreten und es wäre halt ein ganz anderes setting deswegen wird es das wohl in league of legends nie wirklich geben ja mal weiter zu der karte die dieses hellgrill unterlegten bereich oder markierten bereich das wäre sozusagen der klassische jungle was ihr jetzt schon seht die mit lane ist ein bisschen asymmetrisch geworden und bisschen aus der mitte rausgerutscht was aber denen zu schulden ist es hat diese diese stadt relativ groß sein soll auf der karte was aber das bedeutet ist es ist wie gesagt der klassische river existiert damit nicht mehr aber der bereich hier unten sozusagen mit und bot lane und was dazwischen ist wird er zu einem etwas also ich denke es wird eher vom spielgefühl zu etwas was der drei gegen drei map ähnlich ist einfach nur durch eine schnelle lane wechsel kann halt die mitte die bot lane ziemlich stark ganken währenddessen glaube ich der jungle wird nicht so wahnsinnig auf die bot lane ganken weil es einfach so eine weiter weg ist für davon abgesehen was ja oben alles ist ich denke es dem ganzen fünf gegen fünf ein anderes spielgefühl geben obwohl es irgendwie doch noch summoner's rift ist ohne dass es sich jetzt gleich komplett anders anfühlt es wird auch am meter wahrscheinlich was ändern wahrscheinlich auch was die jungle und mit helden angeht besonders was ändern das muss man vielleicht eher die ap cast auf die top lane schickt und in die mitte irgendwie in in assassin oder sowas oder das ist ja jetzt schon im season 3 gewesen in der mitte keine ahnung irgendwas anderes in die mitte ist kann ich jetzt gerade nicht so weit denken also wie gesagt das ist einfach nur was ich so geträumt habe ich mir halt so über den tag und ganze zeit überlegt habe wie awesome wäre das wenn es da ein bisschen mehr möglichkeiten gibt und nicht bloß vor allem gerade diese diese bosse dragon und baron nasher dass die halt nicht einfach nur auf der stelle stehen dass man kann ja die diese diesen dragon müssen natürlich dann auch überarbeiten weil er hat jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel platz zwischen bot und mit lane weiß nicht ob man da vielleicht irgendwas wie das irgendwie kompensiert oder komplett anders macht ja wie gesagt das gibt es das ist einfach so was ist so ein gedanke den wollte ich mit euch teilen ich will auch kein ewig langes video draus machen ich würde mich aber gerne mal interessieren was ihr davon haltet wie ihr euch das vorstellen könnt ich habe jetzt hier diese karte unschön schön naja schnell vor allen dingen zusammen gemalt damit ich sozusagen euch ein bisschen mehr vorstellen geben kann um es nicht komplett beschreiben zu müssen wie gesagt ich hatte die idee dachte ich wäre ganz cool dass das spiel nicht darauf balanciert ist ist mir völlig klar dass es nicht mehr wird werde ich auch bezweifeln aber ich dachte mir das wäre eigentlich ganz nice ja das war es eigentlich schon diesen scheiß träume ich wenn ich schlafe und am tag ganz andere sachen das wollt ihr gar nicht wissen schönen dank fürs zuhören